14th Chapter Vengeance Leise Twister waren eigentlich praktisch Jo, ok Ok, da müssen wir ja schnell sein Zack So, wir sind hier wohl im Gebiet der russischen Mafia Perfekt Scheiße, ah ok, den habe ich nicht gesehen Ich wollte den eigentlich den anderen haben, naja So Aber das Monster hat schon geil Eigentlich ziemlich geil Scheiße, zwei Schüsse sind immer einer zu viel Aber dafür können wir seine Waffe haben Scheiße, wir haben hier wieder einen Hund Müssen wir aufpassen Hm Ich mag die Mucke Scheiße, schon wieder den Falschen avisiert Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt am Ende des Spiels eine abschließende, befriedigende Antwort finden Oder hatten die vielleicht keinen Hund, das war der Schwarze Ach schon wieder der Falsche Ach schon wieder der Falsche Ne, da ist ein Hund Sorry Hund Ach man, wieso nimmt der denn immer den Falschen, das ist zum Kotzen echt Oh nein, alter Oh nein, alter Okay, da haben wir noch eine gewischt Und dann kann man wieder die Doggie Oh, alter Ach, das ist ganz schön schwer, sag ich euch Roller in Miami Kauft auf Steam Link in der Beschreibung Ah, scheiße Ah, scheiße Nice Oh, geil, triple kill Oh nein, da kam ein Big Rambo, alter Fuck it Oh nein Da gibt ihm ein Double kill Scheiße Pfff Ah, fuck it. Ah, die doggie-finger sind immer hier. Entschuldigung. Gott, wo ist der Hund? Ah, nein. Okay, aber das schaffen wir hier schon. Scheiße. Ich verstehe nicht. Ah, meine Fresse. Oh, meine. Ich hasse es. Dieses Spiel, Alter. Oh, Gott. Alter, es ist eine Schrot, meine Fresse. Wo kam der denn her? Oh, nein. Okay, ich dachte, das wäre was zum Schlagen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, geht doch. Oh, meine Fresse. Manchmal ist das hier auch, ne? Na ja, komm. Jo, okay, das schaffen wir aber auch. Da hab ich schon ein paar. Zack. Na komm. Hoppla. Danke. Okay, warum ist der umgefallen? Oh Gott, Alter, da laufen ja 5000 Leute lang. Oh, scheiße. Na ja, na komm. Zack. Das Problem ist halt, dass hier der Großteil ohne Waffen spawnt. Okay, der Raum ist so weit gut. Oh nein. Nein, 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 nein. Das war scheiße. Das war ihr klein, klein dreckigen Hunde. Oh Gott, Alter, manchmal, ne? Ah, scheiße. Ah, was ist denn hier los? Jungs. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wait. Oh Gott. Oh nein, bevor er verblutet, ist so ein Scheiß. Wenn wir den da weg haben, ist ganz geil. Entschuldigt. Meine Fresse, schon wieder ein bisschen das Aim verzogen. Zack. So, ey. Manchmal. Okay. Da kommt. Das ist ein Sechser-Kombi. Kombo irgendwas, geil. Auf Umschaffte sind wir gut. Alter, wie schnell kam der da einer von hinten an? So, auf geht's. Ah, Mensch. Ja, das Level hat's auch wieder ein bisschen in sich, aber muss ich sagen, nicht so schwer wie die davor. Das kann sich ja gleich noch alles enden. Geht. Go ahead. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020